Okay ihr Lieben, ihr seht es hier. Nächste Programmvorschau. Ich hatte jetzt keinen Bock gehabt, jeden Tag so viel hochzuladen. Braucht ja auch Zeit, dass ich gedacht habe, so jetzt fasse ich mal die drei Tage vom 24. bis zum 27. Dezember 2021 zusammen. Ja, geht dann auch so knapp drei Stunden. Könnt ihr dann schauen bei VK, bei BitChute, bei Rumble oder Odyssey, die sich den Trailer bei Wake News Radio TV aufrufen, beziehungsweise Wake News TV, entsprechend den Link kopieren, ab in die Browserzeile und dann vielleicht bis gleich. Tschüss.